Mike Tindall bezeichnete seinen Beitritt zur königlichen Familie als einfach, als er sie gegen den Herzog und die Herzogin von Sussex verteidigte. Mike Tindall ist aufgetreten, um die königliche Familie gegen die bösartigen Angriffe von Prinz Harry und Meghan Markle zu verteidigen. In einem Buch, das er gemeinsam mit seinen Freunden James Haskell und Alex Payne geschrieben hat, verteidigt Mike leidenschaftlich die königliche Familie und sagt, dass sein Eintritt in die Firma »Ziemlich einfach« gewesen sei. Das Trio ist als Co-Moderator seines Podcasts »The Good – The Bart and the Rugby« bekannt. Der 45-jährige ehemalige Rugby-Profi heiratete im Juli 2011 Sarah Tindall, die einzige Tochter von Prinzessin Anne und Nichte von König Charles. Mike schrieb, ob sie es glauben oder nicht, in die königliche Familie einzuheiraten, war für mich ziemlich einfach. Sie waren immer nett zu mir und ich war immer nett zu ihnen. Eigentlich ganz einfach. Der Herzog und die Herzogin von Sussex, die beide im Jahr 2020 von ihren königlichen Pflichten zurückgetreten sind, haben zahlreiche Angriffe gegen die königliche Familie gestartet, in Form von Harrys Memoiren und einer Netflix-Doku-Serie. Anfang 2021, ein Jahr nach ihrem Rücktritt als hochrangige berufstätige Royals, setzten sich Meghan und Harry auch für ein Interview mit Oprah Winfrey zusammen, in dem sie alles enthüllten. Wie Mike kam auch Meghan durch Heirat in die königliche Familie. Die 43-Jährige lernte Prinz Harry 2016 kennen und das Paar verlobte sich. 2017 Meghan und Harry haben am 19. Mai 2018 in Windsor den Bund fürs Leben geschlossen. Mike und Sarah, die drei gemeinsame Kinder haben, pflegen bekanntermaßen eine enge Beziehung zum Prinzen und der Prinzessin von Wales. Ihre Kinder, Mia, zehn, Lena, sechs und Lukas, drei sollen auch Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis sehr nahe stehen. Kopf, Kopf, Kopf EXT Bildschirmes Kopf, Kopf подготов形, Trink, Micha Kopf, Kopf выступ montbad, Strom plötzlich entstehen. Kopf, Kopf. Kopf, Kopf, Kopf wird aus dem Vater. Kopf, Kopf. Kopf, 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 Kopf. Kopf, Kopf zu puisse, Kopf. Kopf, Kopf. Vielen Dank.